Und ich meine sogar 6 Zehen, also immer die Zahl 6, was ja für Unvollkommenheit spricht. Und wir wissen ja auch, dass 666 die Zahl eben des Teufels ist. So, und hier ist das eben nochmal ganz interessant, weil wir hatten gerade gelesen, um jetzt nochmal zum Ursprung der Geschichte zu kommen, was eben mit den Menschen geschieht. Und wir haben gesehen, was der Herr Jesus dazu sagt. Er spricht von einer Geschichte, die sich so ereignet hatte, in Lukas 16. Die hatten wir zusammen gelesen und da lesen wir eben von Abrams Schoß, anderer Ausdruck für Paradies im Jüdischen. Und wir lesen vom Ort der Qual und dann lesen wir nochmal vom Abgrund, also von der großen Kluft besser gesagt, Vers 26. Und jetzt hatten wir nochmal festgestellt und gesehen, dass in der großen Kluft unten Engel aufbewahrt werden, bis zum Tag eben des Gerichts auch, die gesündigt hatten, die Engel und zu den Menschentöchtern eingegangen sind. Im Buch Mose, 1. Mose 6 hatten wir gelesen, Vers 1 bis 4. Und da wurden sie hingeworfen, also in den Abgrund hat man sie geworfen, der Herr. Ja, so. Um sie zum Beispiel, weil sie ihre Macht im Bereich eben verlassen haben, das ist die Parallelstelle in Judas Brief, Vers 6. Hier sind wir noch schnell vor, damit wir das komplett haben. Und dass die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt haben, also im Abyssos, das sind diese Engel, die eben ihren Machtbereich verließen und sich mit den Töchtern der Menschen eben sexuell vermehlt hatten. Genau, Judas 6. Ja, genau. Liest du vor oder soll ich, Bruder? Ja, ich habe es gerade vorgelesen, aber du kannst es gerne nochmal vorlesen. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Genau, das ist es. Ja, und was jetzt auch nochmal wichtig wäre, vielleicht zu erwähnen, wir lesen ja auch davon zum Beispiel am Kreuz, als der Herr am Kreuz war. Als er im Kreuz hing, da war ja eben noch der Tschecher am Kreuz, der angefangen hat zu glauben an den Herrn Jesus. Und da lesen wir zum Beispiel davon, dass der Herr in Lukas 23, 43 lesen wir davon, zum Beispiel Lukas 23, Lukas Kapitel 23, Vers 39 bis 43, lese ich auch nochmal. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest du auch dich nicht vor Gott, da du doch in dem gleichen Gericht bist. Und wie wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst, Vers 43. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir heute, wirst du mit mir im Paradies sein. Also hier sehen wir auch ganz klar, dass der Tschecher am Kreuz, der sich zum Herrn Jesus Christus bekannt hat, der gläubig geworden ist, der geglaubt hat, das erkennen wir ganz klar anhand seiner Worte, denn er sagte, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst oder in deiner Königsherrschaft. Und der Herr Jesus entgegnet ihm und sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also wir lesen auch hier nichts von dem sogenannten Seelenschlaf oder dass der Mensch ruht bis zum Tage des Gerichts und dann erst auferstehen wird, sondern wir lesen ganz klar, der Herr sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wir lesen zum Beispiel natürlich im Alten Testament, lesen wir beispielsweise davon, du aber Daniel geh hin, ich meine in Kapitel 12, du aber Daniel geh hin, ich schlage mal auf eben, Daniel 12, Vers 13, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Und du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Also aufgrund diesen einen Verses oder auch andere, die es noch im Alten Testament gibt, schlussfolgert man eben, dass die Seele bis zum Tag der Auferstehung ruht. Wir dürfen aber nicht den Kontext außer Acht lassen. Es ist immer ganz wichtig, dass wir die Schrift lesen, dass wir sie im Gesamtzusammenhang lesen, denn ansonsten könnte es sein, dass wir uns eben in Widersprüche verstricken und zwar nicht deswegen, weil das Wort Gottes sich irren würde, sondern weil wir etwas falsch machen mit unserer Herangehensweise an der Schrift. Und daher ist es immer wichtig, wenn wir irgendwo andocken, sei es egal, welche Lehre ich vertrete oder welche Art von Auslegung, ja, es ist immer wichtig, wenn ich irgendwo andocke beim Bibelstudium, dann ist es wichtig, eben das nochmal zu hinterfragen und nochmal neu zu beginnen, weil das kann dann nicht richtig sein, wenn ich jetzt beispielsweise... Alle Widersprüche müssen komplett verschwinden, aufgehen, sonst ist da noch Erkenntnismangel. Ganz genau. Ja, also so, dass sich die Schrift nicht widerspricht, tut sie ohnehin nicht. Das sind wir mit unserer Herangehensweise und oberflächlichen Bibelstudium. Aber hier nochmal ganz wichtig, wenn hier in Vers 13 in Daniel 12 steht, Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst eins auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Wenn wir so Worte lesen, dann müssen wir immer eben, wie gesagt, den Gesamtkontext der Schrift betrachten. Wir hatten gerade Lukas 16 und weitere. Und da haben wir ganz klar gesehen, dass die Seele nicht ruht und auch nicht schläft, sondern dass man eben sehen, hören, tasten kann und fühlen kann und alles, was wir heute zum Beispiel auch können. Und wenn wir lesen, dass er ruhen soll bis zum Erbteil am Ende seiner Tage, dann bezieht es sich auf den Leib. Also wenn wir vom sogenannten Schlaf lesen sollten, dann bezieht sich das auf den Leib des Menschen, nicht aber auf die Seele. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ja, Bruder, ich bin soweit fertig. Also das ist eigentlich alles. Du hast es gut gemacht. War alles korrekt. War super. Super, super. Ja, ich weiß alle Dinge. Ich bin ein wenig wenig, auch auf TikTok leider, die eben sauber, auch diese Dinge sauber auseinanderhalten und auch die genau die richtigen Zellen miteinander verbinden im Geist. Das findet man sehr selten. Deswegen ist das schon eine ganz gute Sache, was du gemacht hast. Dankeschön, Bruder, dem Herrn alle Ehre. Ja, was mir eben auch nochmal aufgefallen ist, wenn ich jetzt gerade mal in dieser Runde bin, liebe Geschwister, ich kann euch wirklich nur raten, also sich mal mit den sogenannten Heilszeiten auseinanderzusetzen oder dem sogenannten Dispensationalismus. Es geht eben darum, dass dieser biblisch ist. Wir lesen zum Beispiel davon jetzt für viele, die können mit dem Wort nichts anfangen, kann ich verstehen, ist ein Zungenbrecher. Aber es ist auch nochmal wichtig, an dieser Stelle zu betonen, einfach nur, dass ihr da mal reingeht und vielleicht mal tiefer in die Materie. Der Apostel Paulus selbst war Dispensationalist und damit meine ich zum Beispiel Kolosser 1, 3. Es ist einfach nur mal so ein Gedanke, den ich eben mal teilen wollte noch, eben am Ende, weil viele eben mit dem Wort Dispensationalismus nichts anfangen können. Das ist die sogenannte Lehre von der Haushalterschaft. Davon lesen wir, Bruder, davon lesen wir beispielsweise in Epheser 3, Vers 2. Da spricht der Apostel Paulus und sagt, ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Oder in Kolosser 1, 25. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft und so weiter. Dieses Wort Haushalterschaft meint im Griechischen Oikonomia. Und im Englischen, bitte? Ja genau, Oikonomia, genau. Richtig. Und im englischen, lateinenglischen sagt man Dispensation. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die King James Version aufschlagen oder andere englische Bibelübersetzungen oder die eben, wie gesagt, schon gerade erwähnt, die King James Version, das ist die englische Schlachter 2000, sag ich immer. Da lesen wir zum Beispiel an diesen Stellen, die ich gerade genannt hatte, Epheser 3, 2, Kolosser 1, 25, von der sogenannten Dispensation. Das ist eben das, was ich gerade gesagt hatte. Und warum ist das so wichtig? Weil eben der Bruder Reza auch gerade noch mal angemerkt hatte, eben das mit der Teilung, die ich da mache, die wir machen. Das mache ja nicht nur ich, sondern auch der Bruder Reza. Es ist eben so, dass wir uns als Arbeiter, lesen wir zum Beispiel in 2. Timotheus 2, 15, lesen wir noch mal davon. Strebe eifrig danach, schreibt der Apostel Paulus seinem Gefährten Timotheus. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit Recht teilt. Und das ist eben das, was der Bruder gerade angemerkt hatte. Es ist wichtig, also hier im Griechischen übrigens steht auch noch mal, dieses Recht teilen meint richtig unterscheiden und gerade schneiden. Das ist das, was wir tun. Es ist wichtig zu unterscheiden. Warum sage ich das? Weil es gibt auch heute viele Irrlehren, die entstehen gerade deshalb, weil man die sogenannten Heilszeiten oder die sogenannte Lehre von der Haushalterschaft Gottes nicht beachtet. Sprich, es gibt jetzt heute Menschen beispielsweise, die nehmen sich ein paar Verse aus dem Alten Testament. Ich sage jetzt einfach mal 2. Mose 20. Da haben wir die 10 Gebote. Erstmals, da ist die Gesetzeszeit, die beginnt dort in 2. Mose 20. Da lesen wir zum Beispiel in einem Gebot, du sollst den Sabbat heiligen. So, das war's. Das lese ich jetzt, das nehme ich so an. Und dann haben wir die sogenannten Sabbatisten, Sieben-Tags-Adventisten. Dann haben wir ein MCM und viele andere Irrlehrer. Deshalb ist das wichtig, weil man muss immer im Gesamtkontext der Schrift lesen, vorgehen und gucken, wem wurde denn überhaupt das Gesetz am Berge Sinai erstmals, erstmals, wem wurde das gegeben? Wurde das mit uns geschlossen, mit uns Christen, mit uns Heiden oder mit wem? Und hier ist dann wichtig eben das, was wir gerade gelesen hatten, das Wortrecht zu teilen, zu unterscheiden, gerade zu schneiden, wie auch immer, weil es ist insofern wichtig, weil ansonsten entstehen Irrlehrer. Wir haben zum Beispiel noch die Begebenheit, das kann ich auch noch mal als Beispiel nennen, wenn es okay ist, in 1. Mose 2, da werden die Menschen geschaffen, die ersten Menschen, Eva, Mutter aller Lebenden bedeutet übersetzt und Adam, Mensch oder Mann sagt man auch, die wurden jetzt eben geschaffen, zuerst der Mann, dann die Frau und dann liest man, okay, diese wurden nackt geschaffen. Man liest jetzt gar nicht mehr weiter und dann hat man Bewegungen in den USA, die in den Gemeinden auf einmal nackt herumlaufen. Wenn wir aber in 1. Mose 3 weiterlesen, nach dem Sündenfall, da wurden sie bekleidet von Gott. Ja, und deshalb ist immer wichtig, das Wort Gottes Recht zu teilen, als ein Arbeiter oder als Arbeiter, die sich nicht zu schämen brauchen. Im Umkehrschluss heißt das, übrigens auch, wenn ich das Wort nicht recht teilen sollte, dann sollte ich mich nach dem Wort schämen. Und deshalb ist auch immer ganz, ganz wichtig, wir müssen aufpassen, liebe Geschwister, wenn wir gerade auch neu im Glauben sind. Wir haben es gerade gesehen, der Bruder Reza hatte eben ein längeres Gespräch gehabt. Ich kam gerade dazu, habe das so mitbekommen. Man ist nicht lange dabei. Man ist, ich weiß nicht, zwei Monate, drei, ich weiß es nicht, aber man merkt, dass man sich damit nicht wirklich beschäftigt hat, dass man diese Sachen alle gar nicht unterscheiden kann. Und da ist es wichtig, bevor wir ans Mikrofon gehen und überhaupt lehren, dass wir erstmal uns mit den Grundlagen des Wortes Gottes beschäftigen. Und das ist ja das, was mir auch aufgefallen ist, besonders hier in TikTok. Man kennt noch nicht einmal die biblischen Grundlagen, traut sich hoch ans Mik, und da ist es aber, da wird es gefährlich, weil man hat eine größere Zuhörerschaft, Zuschauer, die das annehmen, die da vielleicht ins Wanken geraten, ins Zweifeln kommen und sowas. Und daher immer prüft euch selbst. Wir müssen, ein Baum wächst nicht von heute auf morgen, sage ich immer, du hast gerade das Gleichnis vom Sämann gebracht, Bruder, eben mit dem Samenkorn im guten Erdreich. Dieses Samenkorn wächst nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess. Es bedarf an Zeit. Und die Schrift sagt auch ganz klar, im Buch der Prediger zum Beispiel, alles liegt an Zeit und Glück. Und das ist eben, stresst euch nicht, geht das langsam an. Und ich wollte euch einfach mal so eine Richtung geben, befasst euch mal und beschäftigt euch mal mit den sogenannten Heilszeiten, weil das ist eben ganz wichtig. Das sind eben, das zählt übrigens auch zur Grundlage. Das ist eben alles noch, was ich sagen wollte, Bruder. Ich danke dir nochmal. Richtig gesagt, war alles korrekt. Sehr gut, sehr, sehr gut. Warst du nicht derjenige, der mal reinkommen meinte, dass zwischenzeitlich hättest du so ein bisschen den Glauben, ja, schwach gewonnen oder irgendwie sowas, warst du das? Ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden, Bruder. Ich weiß nicht, ob es sich bei dir um dieselbe Person handelt, aber so kommt es mir so ein bisschen bekannt vor, ich glaube vor, keine Ahnung, vor ein, zwei Monaten kam jemand rein, der meinte auch, der hatte so ungefähr deine Art von Sprechen gehabt und der meinte, dass es zwischenzeitlich so abgekommen war vom Glauben. Also ich weiß tatsächlich noch nicht einmal, Bruder Reza, wie lange ich jetzt hier in TikTok bin, ich denke, das dürfte nicht all so lange sein. Also es kann durchaus sein, das kann tatsächlich sein, dass ich jetzt zwei Monate drin bin, aber ich kann mich nicht erinnern, was ich aber sagen kann, jetzt gerade, wo du das ansprichst, ich war auch mal ganz anderer Meinung, vor vier Jahren noch. Ja, genau. Ich glaube, das warst du doch. Das kann tatsächlich sein. Ich hatte hier auch mal, ein Gespräch gehabt, da ging es eben darum, wie das alles so gekommen ist. Ja, es ist eine ganz gefährliche Lehre oder gefährliche Lehren, die man da von sich geben kann. Ich war tatsächlich zehn Jahre meines Glaubenslebens, Bruder, in verschiedenen Irrlehren drin. Ich bin zu den Pfingstlern gerannt, ich bin zu den Charismatikern gerannt. und ich habe so viele Sachen eben von mir gegeben und ich muss heute sagen, wenn ich zurückblicke, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, von was ich da eigentlich rede. Ja. Bis mir mal ein Bruder begegnet ist und mir sagte, das, was du lehrst, ist ja eigentlich Bundesteologie. Und da habe ich gesagt, da habe ich gesagt, dann ist so, stopp, davon möchte ich gar nichts hören, weil für mich zählt allein die Schrift und dieses Wort finden wir noch nicht einmal in der Schrift. Also wenn du das meinst, Bruder, ja, ich hatte mal eine ganz andere Richtung, ich habe heute aber auch wieder eine ganz andere Richtung und ich danke dem Herrn, dass er Gnade geschenkt hat, weil das ist eben das große Dilemma heute, dass wenn ich zurückblicke, mir einfach so vieles klar wird heute mit dem, mit dem, was ich da damals von mir gegeben habe. Das waren auch mal andere Zeiten tatsächlich. Ja. Ja. Und wie bist du denn mit dem Dispensationalismus in Berührung gekommen? Also es ist eben so, Bruder, wenn du mich gerade fragst, dann mache ich das gerne, dass ich hier auch mal meine Geschichte so ein Stück weit erzähle. Erstmal meine Person, ich halte nicht viel von mir, das sollte auch mal gesagt sein hier. Ich will eigentlich gar nicht so viel reden, aber wenn das natürlich zum Zeugnis dient und da du mich jetzt gerade fragst, mache ich das doch sehr gerne, weil ich mir auch sicher bin, dass es doch den einen oder anderen gibt, der vielleicht in derselben Situation ist, wie ich damals. Ja, genau. Deshalb mache ich das jetzt mal so. Ich beginne mal ein bisschen weiter zurück. Ich bin eigentlich recht früh mit dem sogenannten Dispensationalismus in Berührung gekommen. Ich meine, es gibt ja gewisse Bibellehrer, auch im Internet, die sind nicht allzu unbekannt. Wir haben zum Beispiel den Bruder Roger Leiby, der, oder den Abdul Memra, die auch sehr oft von dem sogenannten Dispensationalismus gesprochen haben. Und ich selbst muss aber sagen, mir hat das Wort gar nicht gefallen. Ich habe es gar nicht gern gehört, weil ich wusste, Moment mal, das ist für mich was ganz Neues. Ja, das ist erstmal für mich was ganz Neues. Das kennt so die Schrift nicht. Als unwissender Mensch natürlich habe ich so geredet und gedacht und habe das gar nicht an mich herangelassen. Und damit verbunden ist ja natürlich noch, sind ja noch viele andere Sachen mit den sogenannten Heilszeiten. Wir wissen zum Beispiel von der Unverlierbarkeit des Heils. Wir beide lehren die Vorentrückung und gemeint, die Israel werden voneinander getrennt. Das ist auch nochmal so eine Sache. Da habe ich immer ganz klar gesagt, ich möchte davon nichts wissen, weil ich lese es anders und das war es dann. Als ich dann allerdings zehn Jahre lang in der sogenannten Bundestheologie drin war, das ist übrigens die Theologie, liebe Geschwister, die heute die ganzen Landeskirchen vertreten. Bundestheologen glauben nicht an ein zukünftiges Friedensreich auf Erden unter der Herrschaft des Messias. Sie vergeistlichen beziehungsweise allegorisieren alles. Also alle Stellen im Alten Testament in Bezug auf Israel eben und auf den Messias, auf sein zweites Kommen, eben wo er das Reich hier auf Erden aufrichten wird, das wird alles vergeistlich allegorisiert. Und das ist eben ganz gefährlich, weil da gibt es dann auch keine Grenze. Ich kann aus der Kuh auf einmal einen Elefanten machen, weil es ist ja alles geistlich zu verstehen. Und deshalb ist es ganz gefährlich und kann wirklich davor nur warnen. Das habe ich eben selbst zehn Jahre vertreten. Und um jetzt mal weiterzumachen, eben nur, dass ihr mal so ein kleines Beispiel eben bekommen habt, was Bundestheologie bedeutet. Auch nochmal ganz kurz zu sagen, Martin Luther zum Beispiel war selbst Bundestheologe. Das heißt auch er glaubte nicht an ein sichtbares Friedensreich auf Erden. Er unterschied nicht zwischen der Gemeinde und Israel. Das heißt dem irdischen Volk Gottes mit irdischen Verheißungen und dem himmlischen Volk Gottes mit himmlischen Verheißungen der Gemeinde. Er warf alles in einem Topf, sagte, dass die Gemeinde Israel ersetzt hätte und förderte unter anderem dadurch übrigens auch den Antisemitismus. Weil man gesagt hat, Israel ist verworfen, ganz entgegen der Schrift natürlich, weil wir lesen in Römer 9 bis Kapitel 11 ganz klar davon, dass ein Volk von Gott, das irische Volk Israel, nicht verworfen ist. Übrigens im selben Kontext lesen wir vom Apostel Paulus, der ja den Römerbrief verfasste. Lesen wir davon, denn auch ich bin ein Israelieb nach dem Samen Davids und so weiter, also oder Abrahams. Das heißt, er sagt unter anderem damit aus, wenn Gott wirklich sein Volk verstoßen hätte, das heißt Israel und sie hätten keine Verheißungen mehr und so weiter. Also das sind jetzt eben meine Worte, um das nochmal verständlicher zu machen. Jeder kann das nachlesen, Römer 9 bis 11, sagt er, denn auch ich bin Israeliet. Das heißt, er identifiziert sich ganz klar mit Israel als Jude und sagt, wenn Gott wirklich sein Volk verstoßen hätte, dann wäre ich nicht zum Apostel berufen worden für die Heiden. Ungefähr. Ja, das sind jetzt eben die Worte. Ja, genau. Bundestheologie, Ersatztheologie, ne? Genau, ich war ganz kurz weg. Genau. Hört man mich noch, Bruder? Ich habe gerade eine Anrufe genommen. Ich höre dich. Du bist wieder gestummt. Es ist der Haus. Guck mal, ob du denn wieder einwählen kannst. Ja, genau. Wie der liebe Bruder alles so schön aufgezählt hat, da ist auch keine Ehelehrer drin, keine falschen Lehren. Nicht nur keine Ehelehrer, sondern auch keine kleine falsche Lehren. Die Lehre ist sauber. Keine krankmachende Lehren drin, die so einen im Glauben stagnieren lassen, sogar zum Schiffbruch im Glauben führen würden. Alles sauber. So sollte es sein. Aber das braucht auch man schon Zeit, bis der Heilige Geist dir eben die Augen richtig öffnet und dich dann auch führt. Du musst dich auch führen lassen, wenn der Heilige Geist dich in der Lehre führt und sozusagen überführt, dann darfst du nicht hochmütig sein und denken, jetzt habe ich da zwei Jahre lang etwas Falsches geglaubt. Das kann ich nicht einfach über ein Wort werfen. Da habe ich keine Zeit für und da bin ich zu faul dafür. So können wir nicht vorgehen. Wenn der Heilige Geist dich ins Licht stellt und die Anhalt der Schrift dir genau erklärt, wie die Sache zu verstehen ist, dann darfst du nicht hochmütig sein. Und dann musst du dich unterordnen und eben dann wird der Heilige Geist dich auch dann in die Wahrheit leiten. Ja, da bist du ja wieder Stunde der Wahrheit. Ach so, User 529, Sekunde Bruder, du bist auch schon lange drin, möchtest du was sagen? Ich wollte die Unterhaltung erstmal nicht unterbrechen. Kein Problem, du kannst auch was sagen, weil das geht schon ein bisschen länger. Ja, das heißt, woran erkennt man das? Dass eine Sau belehrt oder eine ganze Frage. Ja, es gibt Grundlegendes, es gibt Grundlegendes in der Lehre, die sogar heilsrelevant ist, zum Beispiel, die Gottheit Jesu. Wenn du diese Lehre nicht bringst, dann bist du nicht wiedergeboren. Das heißt, du bist nicht errettet, da kannst du auch den ganzen Tag in die Kirche gehen und beten oder was weiß ich was tun, du kommst trotzdem in die Hölle. Das sind heilsrelevante, grundlegende Sachen, die unverrückbar sind. Und dann gibt es noch einige weitere, die die Schrift auch als unverrückbar, als heilsrelevant ansieht. Zum Beispiel, wenn der Gläubige sich wieder unter das Gesetz stellt und der Galaterbrief stellt diesen Menschen sofort unter dem Fluch. Sagt der Apostel Paulus, wer das tut, steht unter dem Fluch. Gottes. Und ist von der Gnade abgefallen. Ihr seid von Christus abgefallen, wenn ihr euch unter das Gesetz stellt und durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Die sogenannte Judaisierer, die einem sagen, wir müssen den Sabbat halten, wir müssen die alttestamentarischen Speisegebote halten und so weiter. Das sind Judaisierer. Gut. Und, 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 ja? Sag mal so, durch Gesetz wird ja keiner gerettet. Ja, gut, aber wir haben heutzutage so viele Leute, die erzählen, dass wir durch das Gesetz halten, erst errettet werden. Aber YouTube ist voll davon. Gut, ich sag mal, ich wäre auch der Meinung, dass man das Gesetz halten sollte. Also, wie, welches Gesetz? Das Mosaische? Das ist jetzt, wie bitte? Das Mosaische Gesetz? Naja, es gibt eigentlich kein Mosaisches Gesetz. Also alles, alles, wie der Bruder gesagt hat, eine Mischmasch aus allem Möglichen. Nein, weil das Gesetz von Mose, das hat sich ja nicht Mose ausgedacht, das ist ja Gottes Gesetz. Ja. Und das ist ja nicht irgendwas, das Mose sich ausgedacht hat, das hat ihm Gott gesagt. Mit wem wurde denn der Alte sowie der Neue Bund geschlossen? Sprich, wem wurde das Gesetz überhaupt gegeben? Christen, Heiden oder dem Volk Israel? Nein, nein, das Gesetz wurde ja dem Volk Gottes gegeben. Also dem, genau, also dem irdischen Volk Gottes, wir sprechen von Israel, dem wurde das Gesetz gegeben. Das lesen wir ganz klar im Buch Mose, im zweiten Mose, im dritten, vierten, fünften Mose lesen wir davon ganz klar ausschließlich und nur dem damaligen Volk Israel. So, die Gemeinde spricht das, was wir heute haben seit Pfingsten, seit 2000 Jahren, Apostelgeschichte 2, da wurde ja die Gemeinde erstmals ins Leben gerufen. So, wir lesen von der Gemeinde in Apostelgeschichte 2, dass an einem Tag 3000 Seelen hinzugetan wurden. Das heißt, Christen gibt es erst seit Apostelgeschichte 2. So, jetzt, wie kann ich zu der Annahme kommen, dass wir heute das Gesetz halten müssen, wo doch ganz klar das Gesetz dem Volk Israel gegeben wurde. Die Gemeinde gab es da noch nicht. Sie war ein Geheimnis verborgen in Gott, sagt der Apostel Paulus. Ihm wurde übrigens das Geheimnis der Gemeinde erstmals geoffenbart, genauso wie das der Entrückung. Das heißt, wir suchen vergeblich nach der Gemeinde im Alten Testament, denn die gab es da noch nicht. Sie war verborgen in Gott. Verstehst du? Und heute das, was für uns relevant ist, ist das Gesetz des Christus. Ich möchte dir ein Beispiel nennen. Wir lesen zum Beispiel davon, dass man nicht stehlen soll. Ja, eines der Zehn Geboten, 2. Mose 20. So, das Gesetz des Christus, das ist viel schärfer als das Gesetz des Alten Bundes am Berge Sinai, was dem Volk Israel gegeben wurde, denn es heißt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Oder du sollst nicht töten. Der Herr Jesus sagt, er verschärfte das und sagte, wer seinen Bruder auch nur hasst, der ist ein Totschläger. Oder du sollst nicht die Ehe brechen. Darf ich mich kurz unterbrechen? Ja, klar. Naja, ich denke mal, im Alten Testament war es auch schon so gemeint, nur die Leute haben es nicht verstanden. Weil es war ja auf zwei Steinen eine Tafel geschrieben und jetzt ist es ja auf unser Herz, oder sollte es ja auf unser Herz geschrieben sein. Da steht, das ist ja der neue Bund. Ist das im Alten Bund gereicht hätte, wenn du jemanden nicht physisch getötet hättest? So hättest du das Wort erfüllt im Alten Testament. Ja, aber so ist es ja nicht. Das reicht jetzt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Denn wenn du schon in deinem Geist, in deinen Gedanken jemanden hast, dann hast du schon gemordet. Du bist ein Mörder. Das heißt, du musst es gar nicht physisch ausführen. Vor mir bist du schon jetzt einen Mörder, wenn du in deinem Gedanken sogar jemanden hast. Das heißt, wie der Bruder gesagt hat, die Gesetze werden nochmal auf eine höhere Stufe angehoben. Weil die einfach nicht nach dem Buchstaben mehr gehalten werden sollen, was da steht, sondern geistlich eigentlich. Du sollst es ja vom Herzen her halten. Nein, nein, die Intensivität. Es wurde intensiviert. Ja, die Gesetze wie du sagst, wurde verschärft. Das ist viel höher. Genau. Und deswegen hat er auch gerade Epheser 4 genannt, der Bruder. Das reicht im früheren, also im Bund Mose, hätte es gereicht, wenn du nicht gestohlen hättest. Aber im neuen Bund reicht das nicht. Denn im neuen Bund nach Epheser 4, was der Bruder gerade dir sagte, musst du sogar arbeiten gehen, mit deinen eigenen Händen Geld verdienen und um es den armen Leuten zu geben, um den armen Leuten zu geben. Das ist viel höher, als nur nicht stehlen. Verstehst du? Das reicht nicht mehr. Du sollst nicht stehlen, das reicht im neuen Bund nicht mehr. Man muss ja schon das Gesamte mal nehmen. Aber es ist ja so, dass die meisten sagen, ja, Mose hat uns das Gesetz gegeben. Ich bin der Meinung, das Gesetz, oder es gab ein Gesetz von Anfang an. Weil in Satan wurde ja schon Sünde gefunden. Und Sünde wird in der Bibel definiert als die Übertretung des Gesetzes. Und ich meine, wenn es ja vorher kein Gesetz gab, woher wusste Abraham, dass es einen Zehnten geben sollte? Woher hat Mose gewusst, welche Tiere rein und unrein sind? Mose, oder was meinst du? Noah, meinst du? Noah hat ja gewusst, welche rein und unreine Tiere sind. Weil er sollte ja in die Arche von rein und unrein Tieren ja welche mitnehmen. Aber das Gesetz kam erst später. Auch die Zehntenzahlung. Die kam ja auch erst später. Und Abraham gab Möchis Erdek den Zehnten von allem. Woher wusste er davon? Das Gesetz wurde ja erstmals im Buch Mose, also im zweiten Buch Mose in Kapitel 20 gegeben. Ja, aber gab es vorher kein Gesetz? Das erste Gesetz. Und davor haben die Menschen nach ihrem Gewissen gehandelt. Das lesen wir ganz klar im Römerbrief von Kapitel 1 bis Kapitel 3. Das kann man nachlesen gerne. Es geht eben darum, dass das Gesetz erstmals in dieser Form in den Gesetztafeln, die zehn Gebote, erstmals in 2. Mose 20 gegeben wurde. Und diese Zeit und diese Zeit Entschuldige. Diese Zeit des Gesetzes erzog sich von 2. Mose 20 bis hin zur Apostelgeschichte 2. Das heißt, alles, alles Vorapostelgeschichte 2 ist noch unter Gesetz. Und wir wissen heute, das lesen wir ganz klar im Galaterbrief zum Beispiel, dass wir unter der Gnade sind oder im Römerbrief. Die Gnade ist kein Freischein zur Sünde. Das sagt auch der Apostel Paulus. Ja, das sagt doch, die Gnade hebt auch das Gesetz nicht auf. Richtig, aber schau mal, das haben wir ja auch nicht behauptet. Wir sagen ja, dass das Gesetz nach wie vor gültig ist. nur mit einem Unterschied, nicht für uns, sondern für die Menschen, die unter dem Gesetz sind, sagt der Apostel Paulus, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch Werke des Gesetzes gerecht sein kann vor ihm. Das heißt, wenn du sagst, dass das Gesetz des alten Bundes, was ja niemals, das hast du selber auch gesagt, nicht den Christen gegeben wurde oder den Heiden, sondern ausschließlich dem Volk Israel, wenn du sagst, dass dieses Gesetz nach wie vor Gültigkeit hat und zwar auch für dich, für uns Christen, dann bist du unter dem Gesetz und bist auch selbst unter dem Fluch. Das heißt, du stehst unter Gericht. Das sagt Galaterbrief ganz klar, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die stehen unter dem Fluch. Jetzt ist meine Frage oder unsere Frage an dich, willst du unter der Gnade sein oder unter Gesetz? Beides geht nicht. Der Herr Jesus sagt es bereits im Matthäus Evangelium. In Matthäus Kapitel 6 sagt er zum Beispiel, darf ich das einmal vorlesen noch ganz kurz? Ja, bitte. So, Moment. Ich lese einmal. Das lesen wir in Matthäus 6, so, in Matthäus 9, entschuldigt. Matthäus 9, Vers 17. Jetzt schau mal. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst verreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Das ist Gesetz und Gnade. Wenn man das miteinander vermischt, dann ist es ganz gefährlich. Der Herr Jesus spricht auch davon, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Sauerteig steht in der Bibel ist eine bildhafte Rede für Ehelehren. Also, das heißt, du kannst jetzt nicht kommen und meinen, das Gesetz des alten Bundes, das ja ausschließlich dem Volk Israel gegeben wurde, ist heute gültig für uns. Wo steht das? Ich meine, in den Lehrbriefen nach der Apostelgeschichte, ja, wir dürfen ja nicht im Matthäus-Evangelium stehen bleiben, sondern ich schreibe immer zwei Wörter ganz groß, weiter und lesen. Und wenn wir aber jetzt nur einen Teil lesen, dann ist das nicht die Wahrheit, denn es steht geschrieben, dass die Summe seiner Worte, das heißt, der Worte Gottes die Wahrheit ist. Die Summe, nicht ein Teil, ja, das heißt, wir müssen das im Gesamtzusammenhang der Schrift betrachten, wir müssen die Heilszeiten richtig voneinander unterscheiden, das ist das, was wir von Anbeginn an hier schon hatten, ich meine sogar bevor du reinkamst und wir hatten eben das auch schon mit Sabbat und sowas, das ist alles eins, ja, Gesetz und deshalb ist es wichtig, dass du unterscheiden, du wirst ansonsten Gefahr laufen, irre zu gehen und zwar so, dass du nicht mal mehr weißt, was ist jetzt richtig und was nicht, sondern du wirst total durcheinander sein, weil du beides miteinander vermischen wirst. Und das ist jetzt viel gesagt, ich sage, ich weiß jetzt nicht, mit welchen Leuten du gesprochen hast und wie die zu dem Ganzen stehen, also ich sage, für mich ist der alte Bund, das sind die zehn oder die sind die steinenden Tafeln, das ist auch, glaube ich, ich müsste mal schauen, wo es beschrieben ist im Neuen Testament und der Neue Bund ist eigentlich, dass dieses Gesetz oder die Gebote Gottes werden ja in unser Herz geschrieben, dass wir das also halten, nicht, dass er aus irgendwo, weil wir es halten müssen, sondern weil wir Gott lieben. Und es steht ja drin, zum Beispiel, dass die Übertretung des Gesetzes, das ist ja die Sünde. Das heißt, jeder, der Sünde tut, tut er die Gesetzlosigkeit. Das heißt, sobald ich das Gesetz übertrete, begehe ich ja Sünde. Ich will ja aber keine Sünde begehen, weil Gott hat uns ja freigemacht von Sünden. Und der Geist oder das Gesetz ist ja geistlich, wenn einer den Geist hat, der will auch nicht mehr sündigen. Ja klar, das sagt er auch. Darf ich noch kurz dazu hinausführen? Der wird das komplette Gesetz halten oder halten wollen. Und ich sage mal, wenn man das komplette Gesetz hält, wenn man einer oder wenn einer sich komplett an alles halten würde, dann haben wir schon mal geschaut oder gesehen, wie das aussehen würde, weil einer hat es ja komplett gehalten. Und das ist Jesus Christus. Darf ich noch eine Frage stellen? Und da steht ja Jesus Christus ist ja das Endziel des Gesetzes. Also das Ziel, wenn einer das komplett befolgen würde, so würde das Endziel aussehen. Er wird nicht lügen, betrügen, er wird gütig, barmherzig. Was soll man dagegen dieses Gesetz noch sagen? Jesus hat es davor gelebt und wir sollen ja seiner Nachahmer sein. Darf ich noch kurz? Jesus hat zum Beispiel den Sabbat gehalten. Warum soll sein? Ja, Matthäus. Siehst, ist schon falsch. Siehst, ist schon falsch, was du sagst. Und zwar deshalb, weil du die Heilszeiten nicht voneinander unterscheidest. Das ist eben das, was wir hatten. Wer die Heilszeiten voneinander nicht voneinander richtig unterscheidet und das Wort recht teilt, das, was du offenbar nicht tust, der geht irre. Das ist ganz klar. Schau mal. Ich möchte dir einmal zeigen, wann der neue Bund beginnt, also das Neue Testament. Ach so, der neue Bund beginnt mit dem Tode Jesu. Ja, richtig. Das heißt, alles, alles in den Evangelien ist noch unter Gesetzeszeit. Der Herr Jesus war beschnitten am achten Tage, hielt den Sabbat, aß kein Schweinefleisch, sprich er hielt Speisegebote, als Jude, weil er Jude war, unter Gesetz, Galater 4, 4. Er wurde unter das Gesetz getan und erfüllte es. So, er erfüllte es. Mit dem Werk des Herrn Jesus am Kreuz, hast du gerade selber gesagt, ist der neue Bund in Kraft getreten. Neuer Bund, auch übersetzt, neues Testament. Das heißt, das neue Testament, es interessiert nicht, was auf dem Buchdeckel steht, sondern was der Hinhalt sagt. Das ist wichtig. So, und wenn wir jetzt wissen, dass der Herr Jesus unter Gesetz stand und das Gesetz erfüllte, dann dürfen wir nicht vergessen, dass die Evangelien noch unter Gesetz sind. Das heißt, von 2. Mose 20 bis hin zu allen vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ist noch unter Gesetz Zeit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in den Lehrbriefen, das heißt, nach der Apostelgeschichte, dann kommen ja die ganzen Briefe, Römerbrief und so weiter, da ist es wichtig, unsere Lehren rauszuziehen. Weil das ist eben die Gnade, die Gnadenzeit, seit Apostelgeschichte 2. In Apostelgeschichte 2 begann die Gemeindezeit und die Gemeindezeit ist auch automatisch die Gnadenzeit. Da begann sie. Und daher ist es wichtig, uns... Die Ortswissung des Heiligen Geistes ist ganz, ganz wichtig, die sozusagen in der Gemeinde wohnte, der Heilige Geist. Und davor konnte ja keine Gemeinde, deswegen konnte der Heilige Geist auch noch nicht ausgerissen. Erst nachdem der Herr aufgefahren ist, auferstanden ist und so weiter, erst dann konnte die Gemeinde beginnen mit der Ausgerissen des Heiligen Geistes. Genau. Wir lesen davon, was du gerade sagst, Bruder. In Johannes 7, 39 lesen wir davon, solange der Herr Jesus auf Erden war, konnte der Geist nicht kommen. Das heißt, ein Christ konnte gar nicht entstehen. Vers 39 lesen wir. Das sagt also, ab Vers 37, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Vers 39, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht beherrlicht war. Das heißt, solange der Herr auf Erden war, konnte der Geist nicht ausgegossen werden, sondern wir lesen in Johannes 14, 16 und in Johannes Kapitel 16 lesen wir auch nochmal davon, dass er den Geist erst noch senden wird. So, und das geschah zu Pfingsten. Das heißt, wir können nicht, wie du sagst, uns lehren. Wir müssen aufpassen, wenn wir sagen, wir nehmen uns den Herrn Jesus als Vorbild und weil er den Sabbat hielt und weil er beschnitten war und weil er die Speisegebote hielt, als Jude. Denn er war Jude und kein Christ, sondern Jude, unter Gesetz getan. Und er besuchte übrigens auch als Jude die Synagoge. Das, was du zum Beispiel nicht tust, gehe ich von aus. Also du siehst, du vermischt Sachen miteinander und du musst aufpassen, welche Lehren du dir aus den vier Evangelien ziehst. Denn diese stehen noch unter Gesetzzeit. Du hast es selbst gesagt, was sehr gut ist. Du hast es erkannt. Du hast gesagt, oh, das war doch nicht Matthäus' Evangelium, wo das Neue Testament beginnt, sondern das Neue Testament. Ich habe jetzt nicht die Frage richtig verstanden. Das war ja das. Sonst hätte ich es hier von vornherein gesagt, wann der Neue Bund beginnt. Testament heißt übrigens übersetzt Bund, genau. Und was du auch nochmal miteinander vermischt, was auch nicht richtig ist, ganz klar. Der Neue Bund wurde nie mit uns geschlossen. Wir sind Diener des Neuen Bundes. Weil die Juden unseren Herrn Jesus verworfen haben, kam das Heil zu uns. Das heißt, die Botschaft des Evangeliums. Wir lesen, wenn du doch so nett bist, also ich würde dich einmal bitten, weil man sieht deinen Namen nicht, lese uns doch einmal ihre Mia 31, 31. Jetzt bin ich ja mal so, die meisten Sachen lese ich am Handy, weil da kann ich es am schnellsten eingeben nach Suchbegriffen. Sonst müsste ich mal eine Bibel auspacken und dann mal schauen. Aber wenn du mir das sagst, ich kenne die Bibel eigentlich ganz gut. Gut, also ihre Mia 31, 31 steht geschrieben. Vers 33. Vers 33. schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lernen. Erkennen den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünden nicht gedenken. Frage. Spricht es von der Gemeinde oder von Israel? Ach ja, es gibt jetzt wieder diese Auslegung, es gibt ja zwei Israele. Das irdische und das geistliche. Ne, haben wir auch nicht behauptet, dass es zwei Israel gibt. Es gibt ein Israel, das heißt ein irdisches Volk Gottes und ein himmlisches Volk Gottes, die Gemeinde. Darf ich dich fragen, weißt du, wie man zu Israel gehörte? Meinst du früh im Alten Bund? Ja, wie gehörte man, oder heute noch, wie gehört man zu Israel? Also nach dem Alten Bund, wenn du dich dem Volk angeschlossen hast, hast du dich beschneiden lassen und dann musstest du auch das Gesetz halten oder ihre Lebensgebräuche. Zu Israel gehörte man, sprich man war Jude und wurde eben als solchen geboren. Das heißt, um zu Israel zu gehören, das, was du meinst, sind Proselyten, die meine ich aber nicht gerade, sondern ich meine wirklich Achso, die richtigen Israeliten. Ja gut, die bestehen ja auf zwölf Stämmen. Die Juden sind ja nur der Stamm Judah und der Stamm Benjamin. Die anderen sind ja nicht verloren gegangen. Da weiß man ja nicht. Du könntest auch ein Israelit sein. Nee, Moment, Moment. Das, was ich eigentlich meine, ist was anderes. Du kennst den Unterschied zwischen Gemeinde, himmlischem Volk Gottes und Israel, irdischem Volk Gottes nicht. Schau mal, zum Israel, zum irdischen Volk Gottes Israel gehörte man durch Geburt. Zum himmlischen Volk Gottes der Gemeinde gehört man durch Wiedergeburt. Das ist schon mal ein Hauptunterschied zwischen beiden. Ja, dann lesen wir zum Beispiel davon, dass die Priesterschaft Aarons, die konnten, also die Priester im Alten Testament, die mussten aus der Familie Aarons kommen, aus dieser Linie und dann konnten sie Priester werden. Im Neu, also im, wir lesen jetzt zum Beispiel in den Briefen aber, dass die Gemeinde, das himmlische Volk Gottes, zu Priestern gemacht wurden durch den Herrn Jesus. Also du siehst, es sind da gewaltige Unterschiede zwischen beiden. Ich kann dir noch 20 andere Unterschiede nennen, aber wir bleiben mal hier, wir bleiben mal hier, wo wir eigentlich waren. Nämlich Jeremia 31, 31. Hier lesen wir ganz klar, ja, kleinen Moment, ich führe das eben zu Ende. Wir lesen ganz klar, dass der, dass der neue Bund mit dem Hause Israel und mit dem Hause Judah geschlossen wurde. Ebenso auch der alte Bund. Deshalb fragte ich dich, du hattest mir nämlich nicht darauf geantwortet, meint es die Gemeinde? Die Antwort bekam ich nicht. Natürlich meinte es nicht die Gemeinde, denn die Gemeinde war ein Geheimnis, das dem Apostel Paulus erstmals geoffenbart wurde. Deshalb sagte ich, die Gemeinde finden wir im Alten Testament nicht. Das, was du lehrst, das ist Bundestheologie. ihr meint, dass die Gemeinde Israel ersetzt hätte und es gibt heute nur ein Volk Gottes. Und das ist, dann machst du Gott zum Lügner, weil der Herr Jesus beziehungsweise der Gott der Bibel des Alten Testaments, der spricht ganz klar davon, dass Israel noch Verheißungen ausstehen. Das heißt, das kommende Friedensreich auf Erden unter der Herrschaft des Messias. Alle Worte, alle Prophezeiungen, die über den Messias getätigt wurden, der Herr Jesus erfüllte mindestens 300, haben sich wortwörtlich erfüllt. Und jetzt kommen Bundestheologen und meinen, diese Verheißungen, die hätten sich geistlich erfüllt und würden sich gar nicht mehr erfüllen. Damit macht man Gott zum Lügner. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du das, was du lehrst, einmal hinterfragst, weil das, was du lehrst, ist eigentlich Bundestheologie. Eine Theologie, die heute die Landeskirchen auch vertreten. Darf ich jetzt kurz noch was sagen? Selbstverständlich. Du hast sehr, sehr viel geredet und ich lehre eigentlich nichts. Ich lehre auch nicht, weil zum Volk Gottes gehört oder, weil da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich bin der Meinung, wenn einer, also Christus nachfolgerkriegst, ist gefährlich für die Zuhörerschaft. Weißt du, und das ist eben das, was ich gerade angesprochen habe. Aber du musst ja nirgends dazu gehören. Wenn du Gott annehmst als Sünder, musst du ja Jesus Christus annehmen als deine Löser. Ob irgendeiner zu irgendeinem Volk gehört oder so, da steht ja drin, Gott, da ist kein Ansehen bei der Person. Ob Jude oder Grieche, das ist eigentlich nebensächlich. Darf ich? Schau mal. vor dem Herrn umkehrt, bereut, sich den Herrn praktisch anschließt, dann wird er gerettet werden. Ja, aber das ist nicht so einfach. Nein, es gibt sehr, sehr viele Leute, die in Ehelehrern stecken, die sagen, wir haben uns vor dem Herrn niedergeworfen und sind zu ihm umgekehrt und sind trotzdem verloren. Gut, da hast du recht, ich habe so eine Kurzversion. Also meine Meinung ist ja auch, es ist ein bisschen mehr gehört dazu. In erster Linie würde ich mal die Evangelien lesen und man soll ja die Kosten überschlagen, mal sehen, ob man überhaupt den Weg mit dem Herrn gehen will, was er von einem verlangt und was er von einem will. Und dann, wenn man sich überlegt hat, dann sollte man anfangen, entweder sich dann bekehren, den Weg mit ihm gehen, sich taufen lassen und ordentlich wandeln. Ja, aber in der Lehre ist... Und nochmal zu dem Gesetz, ich sage ja nicht, dass das alte Gesetz gilt. Im neuen steht ja selber, wenn sich das Priestertum ändert, muss natürlich auch dieses Gesetz geändert werden. Das priesterliche Gesetz. Also das heißt, das priesterliche Gesetz, das kann man ja komplett abtun. Aber im Alten Testament steht zum Beispiel, ein Mann soll nicht bei einem Tier liegen. Da steht ja im neuen nicht drin. Heißt das jetzt, darf der Mann doch bei einem Tier liegen, weil es im neuen nicht beschrieben ist und das alte ist ja vergangen. Darf jetzt ein Mann Traukleider anziehen? Nein, nein. Gewisse Dinge sind ja ein bisschen vergangen. Bruder Reza, antworte du mal drauf. Ja, natürlich, weil wir den Heiligen Geist empfangen haben, wissen wir, dass wenn man bei Tieren liegt, dann musst du noch nicht mal die alten Gesetze kennen. Der Heilige Geist in dir sagt das erst nicht, dass das Sünde ist. Siehst du, aber du hast wenigstens schon mal gut gesagt, wenn man die alten Gesetze kennt, man sollte das schon mal das Ganze hören. Selbst wenn du es nicht kennen würdest, die alten Gesetze, weil du wiedergeboren bist und den Heiligen Geist empfangen hast und der Heilige Geist in dir sagt dir, dass das Sünde ist, wenn du bei einem Tier liegst. Du musst nicht das alte Testament gelesen haben. Ja, aber wer hat den Heiligen Geist? Wen sagt er das? Die immer in der charismatischen Gemeinde, die sagen, die haben den Heiligen Geist und schmeißen sich auf den Boden, machen irgendwelche komischen Laute und sind vollen Geistes. Ja, aber das ist aber in einer falschen Lehre. Deswegen ist die Lehre, was der Bruder gesagt hat, immens wichtig. Anhand der Lehre, gesunden Lehre, können wir prüfen erstmal, wer überhaupt als wiedergeborener Christ in Frage kommen könnte. Und dann muss man immer noch weitergehen und die Geister prüfen nach 1. Johannes 4.1. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das ist nicht so einfach und oberflächlich. Das ist also sehr gefährlich. Gut, jetzt würde ich mich noch weiter aus dem Fenster lehnen und du wirst mich wahrscheinlich dafür verurteilen, aber ich bin der Meinung, es gibt noch keine wiedergeborenen Christen. Ja, das ist ja komplett falsch. Du musst erst wiedergeboren werden. Das, was du sagst, ist alles falsch. Gut, du sagst, es ist falsch. Mit welcher Bindefälle begründest du das denn überhaupt? Okay, siehst du, das ist schon mal ein guter Ansatz, dass wenigstens einer mal fragt, wie bekommst du überhaupt darauf? Zeig mal, zeig mal. Johannes, was hat es am Leser bevor ich in live, da war Johannes 3.3, glaube ich. Johannes 3.3, genau. Gut, wenn ich aus Gott geboren bin, dann kann ich das Reich Gottes nicht sehen. Gut, ich meine, ihr seid ja wiedergeboren, wie sieht denn das Reich Gottes aus? Wie viele Engel sind dort? Wie sieht der Thron aus? Das ist das Reich Gottes und natürlich das irdische Reich Gottes werden wir erleben, das tausendjährige Friedensreich und das himmlische Reich Gottes. Genau. Beides werden wir erleben. Richtig. Aber ihr könnt es doch sehen, es steht doch drin, wenn einer wiedergeboren ist, der kann das Reich Gottes sehen. Das werden wir auch sehen können. Das wird kommen. Ja, aber ihr könnt es doch jetzt schon sehen. Nein. Das steht nicht jetzt sehen. Da steht, wenn ich wiedergeboren bin, der kann das Reich Gottes sehen. Wenn ich jetzt ins Paradies komme, wie bei dem Tschecher. Der Herr Jesus sagt, heute, der gibt das eine Zeitangabe, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann kannst du sagen, ja, siehst du, da ist es Zeitangabe. Heute nach dem Tod wirst du mal im Paradies sein. Aber Johannes 3.3 meint, alle Generationen, die eben dem, also wiedergeboren werden, den Heiligen Geist empfangen werden, die werden alle in das Reich Gottes kommen. Nach dem Tod oder eben bei der Entrückung. Was mit dem heute? Wenn du bedenkst, ich sage dir heute, Komma, du wirst mit mir im Paradies sein. Also heute sagt er das. Aber das heißt nicht, dass er heute mit ihm im Paradies sein wird, weil es steht ja drin, dass keiner... Nein. Nein. Aber du argumentierst genau wie diese Zeugen Jehovas Sache. Nein, ich bin nur der Meinung, wenn Jesus auch gesagt, wo keiner ist in den Himmel hinaufgestiegen, als der, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Also das heißt, keiner ist bis jetzt in den Himmel aufgetrieben. Moment. Nein, nein, Moment, Moment. Moment, diese Stelle, die du zitierst, die lesen wir ebenfalls in Johannes Kapitel 3 und diese legst du falsch aus. Da stimmt überhaupt nicht, was du sagst. Schau mal. Also heißt es, Menschen sind in den Himmel? Schau mal, der Herr Jesus, natürlich kommen heute Menschen, schau mal, der Apostel Paulus spricht davon und sagt, ich wünsche dir jetzt schon abzuscheiden, um bei Christus zu sein, denn es ist weitaus besser. Das heißt, ihm war klar, dass wenn er stirbt, mit seinem Abscheiden, dass er beim Herrn sofort ist und wie der Bruder Reza bereits sagte, der Schächer am Kreuz, der den Herrn erkannte und an ihn geglaubt hat, da sagte der Herr Jesus zu ihm und zwar wortwörtlich, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Diese Verse darfst du nicht außer Acht lassen und in Johannes 3, Moment, Moment, dieses, was du meinst, mit hinaufgestiegen in den Himmel, will ich auch noch einmal lesen, weil das, was du da von dir gegeben hast, das stimmt mal überhaupt gar nicht. Schau mal. Gut, nur zu diesem Vers, heute sage ich dir, ich habe ja gesagt, ich lese den Vers so, ich sage dir heute, komm mal, du wirst mit mir im Paradies sein. Das heißt jetzt aber nicht heute, sondern wenn er bei der Wiederkunft steht, dass die Leute, die gestorben sind, werden auferstehen und die, die noch lebendig werden, werden verwandelt werden und keiner kommt den anderen zuvor. Schau mal, du hast... Das heißt, alle liegen noch oder schlafen, sage ich mal. Im Paradies. Alle schlafen noch. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es gibt ja eben diese Unterwelt, Hades haben wir ja vorhin gehabt, da bist du wahrscheinlich nicht dazu gekommen. Lukas 16. Genau. Das heißt also, jeder Errettete, wenn er an den Herrn Jesus geglaubt hat, inklusive dem Tschecher, die kommen in den Totenreich, in den Bereich des Schoßes Abrahams. Das ist das Paradies. Ein anderes Wort für Paradies. Das meinte der Herr Jesus mit dem Tschecher. Hast du mal Lukas 16 gelesen, User? Ja. Ich kenne den ganzen Menschen. Wenn du anfängst, es zu lesen, dann kann ich meistens den Satz noch vollenden. Lukas 16, Vers 19 bis 31. Da spricht der Herr Jesus ganz klar davon, dass zwei Menschen starben. Einmal ein armer Mann namens Lazarus. Genau. Und der reiche Mann. Und der reiche Mann kam an dem Ort der Qual und Lazarus wurde in Abrahams Schoß getragen, was ein anderer Ausdruck im Jüdischen für das Paradies ist. Das hatten wir gerade behandelt. Er sieht, er hört, er fühlt. Denn er sagt, ich leide Pein in diesen Flammen. und schicke Lazarus, dass er die Finger, die Spitze seines Fingers ins Wasser traut und mir die Zunge kühle. Das heißt, wir lesen hier nichts vom sogenannten Seelenschlaf, das, was du gerade behauptet hast. Und das hier ist übrigens eine wahre Geschichte, die sich so zugetragen hat. Das wissen wir daher, weil in Gleichnissen kommen nie Namen vor. Deshalb, das ist kein Gleichnis, sondern, weil hier sehen wir den Namen Lazarus. Und wir sehen ganz klar, dass man hört, sieht, fühlt, alles das, was der Mensch heute auch schon kann. So. Und da sollte klar sein, dass das, was du sagst und von dir gibt es nicht stimmt. Ja. Und das mit diesem hinaufgestiegen in den Himmel, das ist mal so was aus dem Kontext gezogen. Schau mal, davon lesen wir zum Beispiel in Johannes 3, 13. Ich möchte das einmal lesen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 3, 13 und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Erstmal zwei Sachen. Erstens, der Herr Jesus ist allgegenwärtig und er ist Gott. Das sehen wir hier ganz klar in Vers 13, denn er sagt, er spricht gerade mit Nikodemus und während er mit ihm spricht, sagt er zu ihm, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem Sohn des Menschen, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Das heißt, der Herr Jesus spricht mit Nikodemus, währenddessen er auch noch gleichzeitig im Himmel ist. Er ist allgegenwärtig. Das kann nur Gott. So, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wenn der Herr Jesus sagt, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, da meint es nicht Christen, dass sie nicht in den Himmel kommen würden, so wie du das interpretierst, sondern es meint die Entrückung. Der Herr Jesus sagt hier zum Beispiel, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel. Ja, es wurde Henoch nicht entrückt, wurde Henoch nicht entrückt, oder Elia. Die beiden Propheten des Alten Testaments wurden auch entrückt. Aber das, was der Herr Jesus meint, ist aus eigener Kraft, ist niemand in den Himmel hinaufgestiegen, außer er, der Sohn des Menschen. Das sollte zeigen, dass er über allem steht, und das, was du da gesagt hast, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Und das ist total aus dem Kontext gerissen. Darf ich dir mal eine allerletzte Frage stellen? Natürlich. Warum erscheint der Herr im Alten Testament, im letzten Buch der Bibel, im letzten Kapitel, als Sonne der Gerechtigkeit? Und warum erscheint der Herr im Neuen Testament, im letzten Buch, im Buch der Offenbarung, im Kapitel 22, als der helle Morgenstern? Kannst du mir das beantworten? Das kann ich dir nicht beantworten. Über sowas mache ich mir keine Gedanken. Warum kannst du das nicht? Weil du die Heilszeiten nicht voneinander unterscheiden kannst und weil du Gemeinde und Israel nicht unterscheiden kannst. Du hast das gerade bestätigt. Dankeschön. Das zeigt nämlich uns, dass das, was wir sagen, Wahrheit ist. Und das sagen wir nicht als Angriff, sondern das sagen wir einfach mal zum Denkanstoß, dass du dir mal Gedanken machst über deine Lehren, über diese Lehren, die du dir da rausziehst, total aus dem Gesamtzusammenhang. Also ich sage, ich sehe das ja nicht als Angriff. Ich bin da recht locker. Auch wenn du mir irgendwas sagst, ich kann das überprüfen, kann darüber nachdenken. Ich habe gesagt, ich lese die Schrift, ich interpretiere manche Stellen halt ein bisschen anders wie das, wie soll ich sagen, die traditionelle Kirche. Aber siehst du, User, das sollte dir doch zeigen, dass du die Frage nicht beantworten konntest. Danke für deine Ehrlichkeit. Danke für deine Ehrlichkeit. Ich muss ja nicht alles wissen. Aber es sollte dir zeigen, dass du nicht in der Wahrheit bist und dass du die Schrift falsch auslegst. Denn würdest du die Antwort wissen, dann würdest du wissen, den Unterschied zwischen dem irischen Volk Gottes, Gemeinde Israel und dem himmlischen Volk Gottes, der Gott ist. Weißt du was? Hallo, Willkern. Hallo. Ich kann nicht alles beantworten, weil ich habe mir sehr, sehr viele christliche Debatten, ich bin schon ein bisschen älter, mal angehört. Und die Leute unterhalten sich über alles Mögliche. Wer war der König? Warum hat einer das gemacht? Wer ist das Volk Gottes? Aber das Wichtige vergessen die, wie sieht mein Lebenswandel aus mit Gott und wie halte ich mich fern von Sünde? Das interessiert keinen. Denn Liebe wird in den Debatten mit Muslimen geführt oder irgendeine Illuminaten aufgedeckt. Das habe ich schon vor 20 Jahren mal gehört. In der Gemeinde kam auch irgendeiner davon, wie heißt das, Freimaurern erzählt. Und flop, jeder hat sich auf die Suche begeben und ist von der Bibel weggekommen. Ich meine, ich muss ja, wenn ich irgendeine Musikvideos anschaue und eine Frau regelt sich halbnackt rum, dann brauche ich keinen Beweis, dass sie nicht richtig wandelt oder von irgendjemandem das erklärt zu bekommen. Aber es wird tausend Themen aufgemacht, einfach nur von diesem Leben zu wandeln. Du gehst mit der Lehre sehr oberflächlich um. Was heißt so oberflächlich? Wenn das steht, wer mich liebt, der hält meine Gebote und meine Gebote sind nicht schwer. Das ist nicht alles. Wir haben nur 3000 weitere Seiten in der Bibel. Naja, aber du musst dir mal so vorstellen, wenn ich das ganze Gesetz aus dem Alten nehme, die Hälfte besteht mir nämlich nicht zu, weil erstens, es gibt Gesetze für Sklaven, es gibt Gesetze für Frauen, die brauche ich nicht zu halten. Ja, aber du siehst, das ist nicht so einfach. Du willst es dir sehr, sehr einfach machen. Das priesterliche Gesetz ist auch nicht mehr gültig. Man muss halt unterscheiden, man muss halt beide Evangelien mal nehmen, das Alte und das Neue und mal lesen. Ich brauche mich auch nicht beschneiden lassen. Ja, aber hältst du den Sabbat? Also ich versuche es. Ja, siehst du, deswegen bist du nicht wiedergeboren, deswegen steckst du in tausenden Ehrlehrungen. Aber wo steht es, dass wenn du den Sabbat hältst, nicht wiedergeboren bist? Und da steht eben, dass wenn sich jemand unter das Gesetz stellt, da musst du den Galaterbrief lesen. Ja, aber ich versuche doch nicht, ich versuche doch nicht, durch den Sabbat gerettet zu werden. Ich mache das, weil ich Gott gefallen will, weil ich ihn liebe, weil ich dankbar ihm bin, dass er mir das Leben geschenkt hat, dass er mich berufen hat. Ja, der Apostel 6.20 sagte Apostel Paulus am ersten Tag der Woche, wo wir zusammenkommen im Gottesdienst, um Brot zu brechen. Und der erste Tag der Woche ist der Tag nach dem Sabbat. Gut, oder sehen Sie, ich habe mal eine Frage, ja. Ja. Ich höre ja immer wieder raus, dass die immer wieder sagen, ja, ich halte den ja für mich selber, ne? Ja. Warum machen die denn nicht die anderen Gebote mit? Was macht man denn mit Zauberern und Hexen? Warum machen die das ja nicht auch noch für sich privat? So, wenn die jetzt einen Zauberer sehen. Warum halten die sich da? Darf ich dazu was sagen? Es steht ja drin, eine Zauberin sollst du ja nicht am Leben lassen, ne? Aber wenn du das Neue Testament liest, wer ohne Sünde ist, der schmeißt den ersten Stein. Wer bin ich denn, dass ich jemand anderes verurteile und einen Stein auf ihn schmeißt? Wurde das Gewerz aufgelöst im Alten Testament? Ist das aufgelöst worden? Also ist das aufgelöst worden? Also wenn Jesus wiederkommen würde, dann würde es wahrscheinlich wieder umgesetzt werden. Weil in seinem Reich wird er keine Zauberin dulden. Oder Gesetzlosigkeit wird er nicht dulden. Aber wir dürfen uns ja nicht anmassen, irgendjemanden zur Richtung zu töten. Das Gericht gehört dem Herrn alleine. Und wenn du dich zum Richter machst, dann machst du dich zum Gesetzgeber und somit machst du dich zu Gott oder stellst dich über Gott. Du musst das Wort Gottes lesen, der Galaterbrief. Dann siehst du, wie scharf der Galaterbrief Leute unter Fluch stellt, die mit dem Mosaischen Bund rumfuchteln, rumwerken. Oder schon in der Wahrheit in Galater 3, wer mit den Gesetzenwerken rumwirkt, der steht unter dem Fluch. Gut, das steht auch drin. Aber das ist dir aber egal, oder? Das ist dir aber egal. Weil irgendwie auch, wir sollen uns liebhaben, oder? Das reicht schon, wenn wir uns liebhaben und so nicht jetzt rumhuren. Das reicht schon für dich als Errettung, ne? Für mich? Ja. Habt lieb aneinander, wir sollen uns liebhaben und nicht Sex haben. Das ist dann deine Lehre der Errettung. Nein, das stimmt ja gar nicht. Weil die Liebe, von welcher Liebe reden wir? Ein Mann, der einen Mann liebt, der liebt ja auch den Mann und denkt, der macht nichts Gutes. Reden wir von der Liebe oder reden wir von der göttlichen? Nein, nein. Dieses, hab aneinander lieb und hab nicht so viel Hurerei. Das reicht für dich dann. Das ist deine Lehre. Dann ist man errettet. Nein, das stimmt doch gar nicht. Hast du doch vorhin gesagt. Ich hab von nichts Ahnung. Ich sag ja nur, wenn man jetzt zum Jesus kommt und seine Gebote hält, dann ist man errettet. So einfach. Du kannst durch die Gebote nicht errettet werden. Du solltest aber so wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Du stehst ja drin. Du solltest ja ihm nachfolgen. Du solltest ja ihn anziehen. Ja, aber der Herr Jesus war ja Jude. Der hat sich ja unter das mosaische Gesetz gestellt. Und du hast doch gerade, hast du nicht zugehört, dass der Bruder dir das alles aufgeschlüsselt hat, dass wir nicht Israel sind. Aber das Gesetz hat sich des Mose ausgedacht oder ist es das Gesetz von Gott? Das ist die Bundeszeit fein säuberlich auseinanderhalten und nicht zusammenmischen. Denn das Gesetz am Sinai wurde dem Volk Israel gegeben und nicht der Gemeinde. Die Gemeinde hat nicht existiert. Ja, meine Meinung ist, es wurde dem Volk Gottes gegeben. Deine Meinung, schau mal, mein lieber Freund. Und der, der sich jetzt zu dem Volk Gottes bekennen und Jesus annimmt. Du redest die ganze Zeit von deiner Meinung. Aber nur die Bibel hat recht. Okay? Weil viele Menschen haben eine Meinung, nur die Bibel hat recht. Schau mal, das Problem ist ja schon, dass du, du sagst ja schon, dass du den Sabbat hältst. Also das heißt, diese Stunde, die wir schon miteinander reden, hast du nichts gelernt. Das möchtest du auch gar nicht. Aber jetzt, jetzt bin ich neugierig geworden. Hältst du wirklich den Sabbat? Weißt du was? Darf ich eine Gegenfrage stellen? Nee, ich möchte gerne, dass du mir erstmal antwortest auf die Frage und dann darfst du mir auch gerne eine Frage stellen. Nein, ich habe ja gesagt, ich versuche den Sabbat zu halten. Okay. Arbeitest du sechs Tage die Woche oder fünf? Je nachdem, manchmal sechs, manchmal fünf, manchmal drei. Also siehst du, du bist nicht konsequent mit dem Gebot des Herrn, was er dem Volk Israel gegeben hat. Nicht dir, sondern dem Volk Israel. Denn in 2. Mose 20, so funktioniert das übrigens nicht mit dem Gesetz, was du machst. Einmal halte ich den Sabbat, einmal sechs Tage arbeite ich und einmal drei Tage. Du bist schon, wie gesagt, du bist schon, das Wort Gott ist ja ganz klar, so funktioniert das Gesetz nicht. Ja, sondern wer das Gesetz hält, der ist schuldig, das ganze Gesetz zu halten. Jakobus Brief in Kapitel 2 lesen wir davon. So, und jetzt lese ich dir mal 2. Mose 20, ab Vers 9. Hier heißt es nämlich, ab Vers 8, Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Vers 9. Sechs Tage sollst du arbeiten und deine Werbe tun. Sag das ja. Genau. Ich kenne das, ich kenne die Bibel. Warte mal, warte mal. Du kennst es, aber du merkst du nicht, dass du dir widersprichst. Schau mal, in 2. Mose 31, 14 lesen wir auch nochmal, und deshalb solltet ihr den Sabbat halten, weil er euch heilig ist. Wer ihn entheiligt, der soll unbedingt sterben. Wer an ihm eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Frage, jemand, der den Sabbat bricht, tötest du ihn? Jemand, der ihn entheiligt, tötest du ihn unbedingt? Ja, ich bin nicht der Herr. Ich habe auch dieses Gesetz nicht gemacht. Es steht mir nicht zu, jemanden zu töten und zu richten. Na siehst du, entschuldigt, es klingelt gerade, aber na siehst du, das ist schon, das alleine ist doch schon, du bist doch schon längst disqualifiziert, denn hier heißt es doch ganz klar, jemand, der den Sabbat entheiligt, dessen Seele soll unbedingt ausgerottet werden. Du bist nicht konsequent mit dem Gesetz. Wenn du konsequent sein willst, dann musst du auch genau das tun, wie es hier geschrieben steht. Also du siehst, du kommst nicht drum rum, du stehst unter dem Gericht. Darf ich noch eine Frage, eine Gegenfrage stellen? Jetzt darfst du gerne fragen. Gut, wenn da drin steht, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Welche Gebote denn? Picke ich mir dann welche raus, die ich halten kann? Nein. Um die mir gefallen? Oder welche geht es denn genau? Die Gebote, die Gebote, die wir... Oder welches Gesetz schreibt auf unser Herz? Moment, die Gebote, von denen wir in den Lehrbriefen lesen, das hatten wir ja gerade schon. Wir haben mehr als zehn Gebote. Wir haben mehr als das und zwar in verschärfter Form. Aber wir halten diese Gebote nicht, weil wir meinen, dadurch gerettet oder gerecht zu werden vor Gott, weil die Schrift sagt ganz klar, im Römerbrief, Galaterbrief, dass kein Mensch durch Werke des Gesetzes gerecht wird vor ihm, sondern wir halten es, nämlich, oder wir versuchen es zu halten, nämlich aus Liebe zu dem Herrn. Wir tun es, weil wir den Herrn lieben und weil wir gerettet sind. Übrigens sprechen diese Werke für den einen wahren Glauben. Ja, wenn du sagst, wenn du, aber wie du, ich sag jetzt mal, wie es die meisten Menschen sagen, die das Gesetz halten, um gerecht zu werden vor Gott, da sagen wir ganz klar, nein, wir halten oder wir versuchen es zu halten, im Heiligen Geist, nämlich, weil wir gerettet sind und nicht, weil wir gerettet werden durchs Gesetz. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn du von den Geboten, wenn du, wenn du die Gebote wissen willst, dann habe ich dir gesagt, wir lesen von den Geboten in den neutestamentlichen Briefen. Genau das Gleiche sage ich auch. Ich halte ja die Gebote, um nicht gerettet zu werden durch die, sondern auch sie zu Gott. Ich habe gehört, dass Apostelgeschichte 20 sagt der Apostel Paulus, gut, dass du das Thema ansprichst. Darf ich jetzt mal meine Sichtweise auf das mal sehen, weil die Stelle habe ich auch mal gelesen. Meine Meinung nach, genau, so wie ich die Stelle jetzt verstehe. Sie haben sich am ersten Tag getroffen, ist ja klar, weil vorher, war ja Sabbat, am Sabbat ruht jeder. Das ist genauso wie bei uns, wenn ich in die Firma am Montag komme, wird besprochen, wie es weitergeht. Und dass sie da das Brot brachen, genau wie es auf dem Schiff war, für den Schiffbruch, da ging es nicht, dass sie das Passag gehalten haben, sondern einfach, die haben sich getroffen, miteinander zu essen und besprechen, wer wohin geht, wo die nächste Mission stattfindet. Da war jetzt nicht, dass sie irgendwo jetzt den Tag verschieben. Wie, Bidinta, du hast doch einen ganz klipp und klaren Vers, dass die Apostel, die Gemeinde, sich am ersten Tag getroffen, weil der Herr Jesus am ersten Tag auferstanden ist. der Herr Jesus haben sich ja nicht getroffen, um den Tag zu heiligen, weil die haben ja vorher schon den Sabbat gehalten, da haben die sich einfach getroffen. Wann ist der Auferstehungstag des Herrn? Am Sonntag? Am wann? Am Sonntag. Ja, da hast du es doch. Deswegen, gehen wir hin und halten. Das am Sabbat noch im Grab war der Gute. Am Tag der Auferstehung des Herrn, das ist der Tag des Herrn. Also, ich meine, der Tag des Herrn, Jesus sagt, ich bin der Herr des Sabbats, für mich ist, bleibt der Tag des Herrn, wenn er das so deutlich mit Namen nennt. Deswegen hat ja der Bruder dir die ganze Zeit erklärt, dass sämtliche Stellen bis zu Apostelgeschichte 2 immer noch alttestamentarisch zu verstehen sind, weil dort nicht die Gemeinde war. Der Paulus auf den Sabbat gehalten hat. Der Heilige, nein, nein, der ging wie gewohnt in die Synagoge, nein, der Apostel, der Apostel Paulus hat auch Timotheus beschnitten, um unter die Juden zu gehen, um zu erfolgen. Aber da hat er auch immer gesagt, er hat an anderen Stellen die Menschen gefragt, wo es üblich ist zu beten. Ich glaube, die haben gesagt, an einem Fluss, der hat auf drei Sabbaten hintereinander. Also wie es nach der Gewohnheit war, man trifft sich oder die Gemeinde sollte am Sabbat zusammenkommen. Darum soll auch keiner eine Arbeit verrichten, dass keiner eine Ausrede hat, nicht in die Gemeinde zu kommen. Nein, das Heilszeitalter des Bundes mit Israel ist fein zu unterscheiden mit dem neuen Bund, was Gott, der Herr Jesus, mit seiner Brautgemeinde geschlossen hat. Den muss man fein säuberlich unterscheiden. Deswegen musst du auch die Bibel genau studieren und nicht einfach oberflächlich faul. Gut, was ist denn da mit der Stelle, wo steht er in der Endzeit? Wir sollen beten, dass unsere Flucht nicht am Sabbat oder im Winter ist. Ich meine, wenn abgeschafft ist, warum sollen wir dann da beten für die Endzeit? Matthäus 20 betrifft wieder nicht die Gemeinde, weil die Gemeinde schon entdrückt ist. Das betrifft wiederum Israel, die durch die Drangsal geht. Die Gemeinde wird vor der Drangsal entdrückt. Das musst du auch unterscheiden. Gut, was ist denn mit der Stelle in Jesaja, wo er sagt, wenn der Herr wiederkommt am Tage des Herrn, das wissen wir am letzten, da wird er dir schlagen, die Schweinefleisch, der ist so ein Gräuel. Genau. Der Herr Jesus, der Messias, als König über Israel, wird ja das Gesetz aufrichten, perfektioniert. Das heißt, auch der dritte Tempel wird angenommen, die Opfergaben werden weitergehen, da werden ja auch die Nationen kommen und auch Laubhütten festfeiern und so weiter. Aber die Gemeinde Christi ist ja mit dem Herrn hier auf der Erde wieder im tausendjährigen Reich. Aber wir gehören nicht zu der Welt. Wir sind ja aus der Welt herausgerufen und der Herr nimmt seine Brautgemeinde immer mit sich. Das heißt, die Heidenvölker, die die Apokalypse überlebt haben, die kommen nach Israel, um zum Beispiel den Laubhütten festzuhalten. Naja, aber das steht in der Endzeit, wenn er kommt, dann wird er dir erschlagen, praktisch die Schweinefleisch essen. Ja, weil Israel wird ja unter der Herrschaft des Herrn Jesus König Israel. Der Herr wird ja König Israel werden. Warum soll er dir erschlagen, die Schweinefleisch essen, wenn es doch erlaubt ist? Das ist für sein Volk Israel. Nicht für die Brautgemeinde, die er drückt ist und als seine Braut ihn überall begleitet. Das steht aber jetzt nicht vom Volk Israel, sondern die, die in den jungen grünen Gräbern sitzen und Rollsuppen in ihren Tellern haben. Nein, 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 aufgezogen durch irgendwelchen Ehrlehrern und dann hast du es auch beibehalten und deswegen sage ich dir, wenn du nicht diese komplett verrückten, total durcheinander Ehrlehrern, die du da in dir vereint hast, wegschmeißt, Buße tust und dann die Schrift durch den Heiligen Geist liest und auch schön auseinanderhältst alles, nicht durcheinanderbringst, dann wirst du errettet werden. So wie ich das sehe, bist du noch unter dem Fluch, bist du nicht wiedergeboren, hast du auch nicht den Heiligen Geist, deswegen verstehst du es auch, die Lehre. Ich bin jetzt unter Fluch, weil ich sage, ich liebe das Gesetz und ich liebe das Gesetz, weil ich es im Herzen habe, weil es anscheinend an mein Herz geschrieben ist, aber ich versuche dadurch nicht gerechtfertigt zu werden, bin ich jetzt verflucht sozusagen. Entschuldigung, weil du mit den Gesetzeswerken umherum hantierst. Okay, dann ist die Frage, ist das Gesetz ein Fluch oder ist die Übertretung? Das Gesetz ein Fluch. Natürlich ist das Gesetz ein Fluch. Das Gesetz bringt dich sofort unter dem Fluch. Entschuldigung, weil du das Gesetz nicht halten kannst. Moment, du sollst nicht lügen, kannst du nicht halten. Ja, aber schau mal, was ist jetzt das, nicht das Gesetz bringt mich unter den Fluch, sondern die Tat. Entschuldigung, schnell, wenn ich es sagen darf, das Gesetz ist heilig und gut. Es heisst einfach, es heisst einfach, in dem Sinn, Matthäus 22, das ist der erste und grösste Gebot, in dem Sinn, lieber Gott, mit ganzem Herz, mit ganzer Kraft, mit ganzer Zelle. Und Jesus sagt dann, das ist das gesamte Gesetz und die Propheten, die Erführung von diesen zwei Geboten. Und das wird die ganze Zeit in der Bibel ganz klar gesagt, du sollst dein nächster Leben wie dir selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz, das ganze Gesetz und die Propheten. Also das Gesetz ist heilig und gut, das ist ein Spiegel für uns, aber wir stehen nicht unter dem Gesetz. Das Gesetz wurde erfüllt. Genau, und ich wollte sagen, nicht das Gesetz bringt dir den Fluch, sondern deine Übertretung, deine Taten, die bringen dir den Fluch. Nein, Jesus ist am Kreuz gestorben und zum Mittag hatte der Fluch. Welcher Fluch hat er sich auf sich genommen? Die Übertretungen, unsere Übertretungen. Das ist der Fluch. Im Alten Testament, wer die Worte hält, der wird gesegnet und wer die Worte nicht hält, der wird verflucht. Genau, aber du kannst das Gesetz nicht halten und wenn du nur versuchst, hast du schon gescheitert und dann liegst du unter dem Fluch des Gesetzes. Ich sage, ich habe ja auch nichts anderes behauptet, so wie mir anscheinend hier versucht wird, in den Mund reinzulegen, dass ich jetzt versuche oder sage, hier soll das Gesetz sein. Du willst ja Schabbat halten, das kannst du nicht. Nur wenn du daran denkst, ich will jetzt Schabbat halten, um Gott zu gefallen, dann bist du schon gefallen. Dann bist du unter dem Fluch. Du kannst es nicht. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Ja, aber das Gesetz ist ja nicht der Fluch, sondern die Begrüßung. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sowas höre, dann bin ich jetzt bei den Schabbat zu halten. Aber was weißt du überhaupt, was Schabbat bedeutet? Was bedeutet Schabbat? Ich versuche jetzt, den Schabbat zu halten und bin jetzt aus der Gnade gefallen. Aber was bedeutet Schabbat? Bin ich jetzt aus der Gnade gefallen oder wenn ich versuche, die Ehe nicht zu brechen, bin ich jetzt aus der Gnade gefallen? Lieber der Nächste wie dir selbst. Das ist das gesamte Gesetz und die Propheten. Wenn du nicht willst, dass eine Frau die Ehe bringt, dann brichst du die Ehe auch nicht. Das ist lieber der Nächste wie dir selbst. Was das Schabbat angeht, ist etwas anderes. Das ist die Liebe zu Gott. Ja, aber die Liebe zu Gott, okay. Aber wenn Jesus... Wie du gesagt hast, liebe Gott von ganzem Herzen. Genau. Ich brauche seinen Namen nicht, halte seinen heiligen Tag. Aber vorher hast du gesagt, genau, aber vorher hast du gesagt, du versuchst, du hast vorher gesagt, so in dem Sinn, Jesus hat gesagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Oder? Genau. Genau. Und Jesus hat gesagt, ich gebe euch zwei Gebote, liebe Gott mit ganzem Herz, ganze Kraft, ganze Seele. Und lieber dein Nächste wie dir selbst. An dieser Zweigebote hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Dann kommst du und sagst, ja, egal was Jesus gesagt hat, ich will jetzt einfach Schabbat halten und damit Gott Gefalle tue. Und die Apostel sagen dann, wenn du nur versuchst, hast du schon gescheitert. Wie siehst du? Nur wenn du versuchst, hast du schon versaut. Ich will ja alles halten, weil du sollst ja eigentlich an deinen Lebenswandel, sollen die anderen ja sehen, dass du anders bist wie die anderen. Genau, in dieser Zweigebote, in dein Nächster zu leben. Wie die steht, der Glaube ohne Werke ist nichts. Und wenn die Leute sehen, wisst ihr was? Aber welche Werke, welche Werke ist da gemeint? Welche Werke? Das ist nicht der Werke des Gesetzes, sondern das ist der Werk des Geistes. Wenn du glaubst, dann lässt du jemanden taufen, dann liebe dein Nächster wie das Selbst. Du probierst, du anderen Menschen zu helfen, du betest, du evangelisierst. Das ist der Werk des Geistes. Oder genau gleich, ein Glaube ohne Werk ist tot. Ja, okay, aber um was geht es hier? Da kann ich nicht kommen und sage, hier geht es darum, Schabbat zu halten. Wisst ihr was, das ist jetzt mal so eine Sache, nur weil ich einmal was erwähnt habe, das ist nur noch das Thema. Du sagst ja, die anderen Sachen sind genauso wichtig. Und ich muss sagen, seitdem ich angefangen habe, das Gesetz zu halten, nicht, dass ich gerechtfertigt werde. Heber, das ist schon die Fälle. Anfeindungen ich von der Welt bekomme. Keine Anfeindungen. Du kannst Weihnachten, du feierst nicht, warum denn nicht? Das ist doch ein christliches Fest. Oder wegen dem Sabbat, du bist ein Judaisierer, wenn ich kein Schweinefleisch esse oder keine Meeresfrüchte oder Muscheln, bist du jetzt Moslem geworden. Jeder kritisiert einen durch diesen komischen oder den komischen. Niemand wurde die kritisieren, niemand wurde die kritisieren, wenn du sagen, ich mache das einfach für mich, weil ich das will. Ich will kein Muscheln esse. Zum Beispiel, jetzt auch kein Schwein. Aber das ist auch eine Sache, die ich will. Ich will kein Schwein essen. Ich esse nicht Schweinefleisch und sage, ja, in dem Sinn halte Schabbat und Gott sagt, in der Alte Testament steht, ich soll kein Schweinefleisch essen. Du probierst du, deine Werke Gott zu gefallen. Und somit bist du gescheitert. Ist der Herr Jesus Gott, lieber Josa? Ach so, na für mich ist es Gottes Sohn. Ich habe dich was gefragt. Ist der Herr Jesus, der Allmächtige Gott? Was heißt jetzt der Allmächtige? Ist jetzt der Vater oder? Ist der Herr Jesus Gott? Sonst werde ich mich rausschmeißen und dich sofort blockieren. Die Antwort ist der Herr Jesus Gott. Ist der Herr Jesus Gott? Jesus Christus ist Gott. Aber es ist also mein, es ist nicht der Vater. Ist der Gott in drei Personen oder nicht? Vater, sein Heiliger Geist. Nein, es ist rauszweigen und sofort blockieren. Sofort. Okay. Wir hätten gar nicht erst mit dem, was ich wusste, dass er ein Schiefer ist, ein Krummer. Das ist das Problem. Und ich habe mich trotzdem mit ihm eingelassen. weil der Mann sofort, das war auch eine Lehre für euch, ihr Lieben. Wenn jemand in einer Ehelehre steckt, dann stimmt was mit ihm in der Gesamtheit etwas nicht. Bruder Reza? Ja. Der hat auch so gewackelt, wo du ihn gefragt hast. Ist der Herr Jesus Gott? Da hat er so gewackelt. Konnte er nicht sofort antworten. Konnte er nicht antworten. Ja. Bis ich ihn gedroht habe und dann hatte er es so ein bisschen. Ja, das ist das. Wenn eine Ehelehre kommt, sie kommt nicht alleine, eine Ehelehre. Da stimmt irgendwas nicht mit den Leuten. Und wenn die Diskutiererei losgeht, wo man die Lehre kennt und die Leute um diese Lehre herum philosophieren und die Lehre verleugnen und abschweifen und tausende verschiedene Dinge durcheinander schmeißen, mit diesen Leuten stimmt etwas nicht. Gewaltiges nicht. Das sind Wölfe und Schafspelz. Ja. Eingang auch nichts durchgesagt. Die ganze Zeit, das war so eine Blockade in ihm. Der hat das gar nicht aufgenommen. Der hat das gar nicht gefühlt. Da war einfach eine Blockade in ihm drin. Das war bei ihm ja, nein, raus, rein. So, ne? Ja. Man kommt gar nicht weiter an solche Leute. Man müsste eigentlich, ja, das ist Pferde vor die Säuge, ne? Ja, der meinte auch am Anfang mit deiner Illuminati-Arbeit und so, das brauchen wir alles nicht. Ja. Ich wusste so fort, wenn jemand mich angreift und meine Arbeit. Sofort wusste ich, irgendwas stimmt nicht mit diesen Leuten. Ja. Und dann noch das, 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 tausende Sachen. Und erst zum Schluss bin ich da auf die Idee gekommen, warte mal, das ist vielleicht ein richtiger Antichrist. Weil so viele Ehelehrer, da kann er auch nicht das andere richtig bejahen. Die Grundlage.